So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, beziehungsweise wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich seit längerem mal wieder eine kleine Account-Verlosung in petto, also ein Gewinnspiel, bei dem ein Account verlost wird. Dieser wurde bereitgestellt von Schniedelwutz. Ist das nicht ein toller Name, ne? Da steht er. Das ist auch der einzige Freund, den der Account hat. Ihr kennt vielleicht Schniedelwutz, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr auch einen Schniedelwutz. Ihr könnt ja mal hier kurz schauen. Schniedelwutz ist nämlich Level 44 auf dem Weg zu Level 45. Rennt hier mitten im Garados rum, streckt die Hände in die Höhe, eine am Po. Das sieht doch gut aus. Schniedelwutz hat mich angeschrieben und gesagt, er hätte da einen Account, den ich verlosen könnte, wenn ich Bock drauf habe. Habe ich gesagt, können wir gerne machen. Deswegen möchte ich den Account heute nämlich vorstellen. Aber natürlich nicht sein Main-Account, den Schniedelwutz, sondern diesen hier. Wenn ich zurückgehe, seht ihr nämlich, das ist die Sprühwurst. Und der ist ja mindestens genauso genial der Name wie Schniedelwutz, nämlich Sprühwurst. Hat, wie gesagt, nur einen Freund. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, den Account... Ihr könnt das ja mal machen, während ich kurz hier was erzähle. Ich kann ja mal den Trainer-Code einblenden und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja diesen mal adden, damit der Gewinner, wenn er den Account bekommt, nicht nur mit einem Freund dasteht, sondern dass der Gewinner eben schon einen ganzen Sack voll Freunde mit dabei hat, mit denen er leveln kann, mit denen er raiden kann, sonst was hin und her. Trainer-Code ist hier eingeblendet. Wenn nicht, macht halt Pause kurz. Guckt euch das an, wenn euch das alles zu schnell geht. Ist doch früher morgen, ich weiß. Bis das Video rauskommt, ist wieder Abend. Auf jeden Fall Sprühwurst, der Account, um den geht's. Den habe ich jetzt mit Level 36, glaube ich, bekommen. Er wollte den eigentlich auf Level 38 hochziehen, damit man ab Level 38 eben auch Pokestops einreichen kann. Ich versuche den jetzt auf Level 38 zu ziehen. Wir sind jetzt bei Level 37. Es fehlt auch nicht mehr so viel, könnte man denken. Also ich... Bis nächsten Montag, wenn der verlost wird, ist die 38 safe drin. Und er wird also eben als Einreich-Account verlost werden. Hier habt ihr also den Trainer-Code. Hier gehen wir zurück. Eigentlich habt ihr ja alles gesehen. Erstmal hier, was das so betrifft, der ist Team Rot. Das ist wichtig für alle. Da könnt ihr abgleichen, welche Farbe ihr habt. Wenn ihr das als zweiter Account nehmen wollt, oder ob das direkt zu eurer Farbe passt, dass ihr gemeinsam irgendwie euch in eine Arena setzen könnt. Oder wenn ihr eine andere Farbe habt, ob ihr euren Account aus der Arena raushauen könnt, um an eure Münzen zu kommen. Das ist ja auch wichtig bei vielen. Gelaufene Distanz 4144 Kilometer, 4900 Pokémon gefangen, 1500 Pokestops, Gesamt-EP 11 Millionen, Startdatum 21.01.2021. Ist sicherlich jetzt nicht der heftigste Account. Erwartet dann nicht zu viel. Aber wir gucken uns jetzt gleich mal an, was der Schönes hat. Was ich nämlich ganz interessant finde, wir gehen erstmal auf den Shop. Wir haben noch 402 Pokémünzen, die ihr ausgeben könntet. Es gibt sogar hier die tägliche kostenlose Box drin, die nehmen wir noch schnell mit. Ist wichtig. Eventbox für einen Coin. Könnt man auch noch mitnehmen. Da versuche ich auch nachher noch ein Raid zu machen. Den Fan-Raid-Pass würde ich wahrscheinlich drauf lassen, dass ihr den nutzen könnt, für das Pokémon, was ihr möchtet. Aber eben den freien täglichen Pass würde ich dann noch wegmachen. Ist halt nur Genesekt momentan, aber trotzdem. 401 Coins sind auch noch drauf. Was ich hier bei ihm interessant finde, er hat viel mit Tags gearbeitet, die wir uns jetzt mal reinziehen wollen. Zum Beispiel Kumbel. Null Pokémon haben diesen Tag. Das ist richtig genial, oder? Obwohl, jetzt sehe ich gerade, ich bin bis unten. Ich muss erst mal, wir fangen natürlich oben an. Null Prozent. Null Pokémon haben diesen Tag. Es gibt keine Nuller. 79 Pokémon haben diesen Tag. Drei Sterne. Das ist das, was mich ein bisschen verwirrt hat. Drei Sterne. Und hier vier Sterne. 61 Pokémon haben diesen Tag. Jetzt denkst du ja, drei ist drei. Vier sind perfekte mit 100%. Aber hier kommen plötzlich fünf Sterne. Vier Pokémon haben diesen Tag. Was ist dann vier Sterne? Was ist drei Sterne? Das hat mit den Ingame-Bewertungen wohl nichts zu tun. Level 50 Pokémon. Null. Legendär. 16. Mysteriös. 5. Shiny. 20. Event. 13. Regional. 17. Die Regionalen sind sicherlich interessant für viele Leute, denen da noch welche fehlen. Die man dann eben auch rüber tauschen könnte auf den Hauptaccount. Wenn man sagt, ah, mir fehlt noch hier dieses Corazon oder dieses Plauder Guy oder irgendwas. Was? Icognito. Auch. Null. Glück. Null. Krypto. Vier. Erlöst. Null. Kummel. Null. Arena. Null. Sonstige. Eins. Als Sonstige haben wir hier ein Wischu. Guckt mal. Da steht ja auch dieser Tag dabei. Sonstige in blau. Ich habe bisher noch keine Tags gemacht. Noch nicht mit Tags gearbeitet. Wir werden aber jetzt direkt hier nochmal in die Pokémon-Box reingucken. Und zwar können wir hier mal schauen auf Mysteriös. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Da ist ein Genesekt. Das habe ich glaube ich dann gefangen. Können wir uns mal kurz anschauen. Hier die Bewertung. Dann hier die Bewertung dabei. Dann hier schauen auf Mysteriöse, die auch getaggt sind. Da ist das Mew nämlich drauf mit 14 Angriff. Hier ist das Zarude auch ganz frisch, was es jetzt gibt. Hat hier auch also den Tag nicht nur Mysteriös, sondern auch den mit drei Sternen. Wie ihr seht. Vier Sterne? Fünf Sterne? Dann haben wir Meloetta hier am Start. Auch ziemlich gute Bewertung dabei. Und ihr habt sogar Shiny Celebi mit einer Drei-Sterne-Bewertung. Drei Sterne, Mysteriös und Shiny. Also sieht eigentlich recht gut aus mit den Tags, wie er das gemacht hat. Habe ich wie gesagt nicht. Ist mir immer zu viel Arbeit. Dann können wir uns gleich die Legendären nochmal angucken. 16 Legendäre sind drauf. Ihr habt ja Vesprit dabei. Vesprit, Regional, Legendär. Drei Sterne. Können wir auch wieder bewerten, wenn ihr möchtet. Können das durchwischen. Noch ein Vesprit. Ein Shiny Vesprit ist auch dabei. Wem also ein Shiny fehlt, wer das nicht bekommen hat, der könnte sich das theoretisch rüber tauschen. Dann habt ihr Torboots dabei. Das ist ein 98er. Das ist ein 96er. Hier ist ein 100er Torboots dabei mit 1834. Was auf jeden Fall sehr cool ist. Denn das war ja das stärkste von allen. Es ist sogar noch ein zweites dabei. Das hier ist normal. Level 20. Das ist mit Wetterboost. Level 25. Dann haben wir hier noch ein 96er. Hier ein 96er Selve drauf. Nochmal Selve. Shiny Lugia ist am Start mit Wetterboost, so wie es ausschaut. Noch normales Lugia. Kyokre ist am Start. Groudon ist am Start. Auch mit Wetterboost. Hier sogar was gepusht an dem. Das sind also die Legendären, die er da drauf hat. Für euch nochmal kurz die 100er Allgemeinanzeigen können wir auch. Vier mit Sternchen. Also die zwei Torboots. Haben wir natürlich schon gezeigt. Hier ist das Garados drauf. Was fünf Sterne hat. Fünf Sterne. Drei. Was ist der Unterschied? Rätet zwischen vier Sterne und fünf Sterne. Ist das nochmal was Besonderes. Was wir noch gar nicht gesehen haben. Eine Million Staub ist auch drauf. Also damit könnt ihr ein bisschen was anfangen. Theoretisch reicht das, um vier Pokémon zu maxen. Wenn die aus Raids kommen. Level 20 sind. Könntet ihr trotzdem vier Stück auf Level 40 ziehen. Ditto ist am Start. Ditto auch als hundertprozentiges. Hundertprozentiges Ditto ist dabei. Und hier frisch drauf. Littomyf. Die, die keinen Tag haben. Die sind nicht von ihm. Die sind jetzt durch mich gekommen. Littomyf also dabei. Vier Sterne. Ist nicht das krasseste. So. Torboots finde ich aber cool. Und Garados auf jeden Fall auch eins der Highlights dabei. Kann ja dann auch die Mega-Entwicklung durchführen. Dann gucken wir uns auch die Shinies nochmal an. Gehen mal nach Nummer sortiert durch. Ihr habt zum Beispiel zwei Shiny Raupi drauf. Ein Smetbow war schon drauf. Das ist ein Smetbow aus dem Event. Steht auch hier grüner Tag. Tag Event. Und hier Shiny dabei. Wenn ihr eins von den zwei nehmt und noch entwickelt, habt ihr dann auch Safcon. Und so habt ihr die ganze Raupi-Shiny-Familie voll. Taubsee dabei. Was natürlich das Lieblings-Pokémon von vielen ist. Und jetzt gerade auch frisch aus dem Event ein Shiny-Pikachu mit diesem Dschungel-Hut und dieser Weilmar-Trinkflasche oder was auch immer das ist. Wulpix haben wir dabei als Shiny. Zubat ist dabei in diesem Grün, was ich immer noch sehr cool finde. Auch gerade mit diesem dunklen lilanen Hintergrund dabei. Mirapla. Ormod ist drauf gewesen. Dicta haben wir dabei. Kleinstein. Dieser Gold-Klumpen. Auch richtig genial. Hypno. Lavitar. Wer den C-Day verpasst hat und damals keinen Shiny bekommen hat, sitzt ja momentan oft rum. Ich glaube, wir machen heute Abend auch Lavitar-Rades für Zuschauer. Und Geronimats-Rades für Zuschauer. Wer da immer noch einen Shiny braucht oder Bonbons sammeln möchte, irgendwas. Hier ist ein Shiny-Lavitar drauf. Dann haben wir hier noch Shiny-Lukia, Shiny-Selebi. Die kennt ihr ja schon. Waumpel ist am Start. Kirle ja mit Hut ist am Start. Richtig hohes Level auch, wenn man das so sieht. Glibummels am Start. Auch ein C-Day-Pokémon natürlich. Inikoros. Sengo. Schnurgarst. Glibungel mit Mütze. Glibungel mit Mütze Teil 2. Vesprit kennt ihr. Otaro sitzt sogar noch in der Arena. Noch ein paar Otaro hinterher. Zwotronin noch am Start. Admurai. Navitaub. Sie heißt wie Pfeffitaub. Kiesling. Littumif. Castellit. Datiri. So. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welches Shiny ihr am coolsten findet. Ja. Ich wüsste gar nicht gerade, auf was ich mich... Ich glaube... Ich feiere einfach Zubart. Darf ich überhaupt Zubart sagen, wenn da Raupi dabei ist? Ja, aber Zubart finde ich halt cool. Zubart und Raupi finde ich auf jeden Fall sehr schön. Dann ansonsten, hier sind noch ein paar Forschungen, glaube ich, drin. Müssen wir uns mal hier durchwühlen. Die könntet ihr noch fertig machen oder ich mache da noch ein bisschen. Gewinne zwei Arena-Kämpfe, kämpfe in zwei Raids. Das mit den Raids wird auf jeden Fall sowieso fertig, weil ich ja jeden Tag noch den freien Pass wegmache. Wenn ihr möchtet, kann ich da bei der Spezialforschung noch ein bisschen weitermachen. Sprung in der Zeit, drei neue Freunde. Wenn ihr den also addet, durch den Code, den wir am Anfang gezeigt haben, kommt da auch was dazu. Hier noch ein Pokémon fangen, morgen Pflanze entwickeln. Dann ein missverstandener Schabernack geht. Dann erst später weiter. Hier gibt es auch nochmal einen Raid Pass, den ich wahrscheinlich dann auch drauflassen werde für euch. Ich glaube, ich werde euch das hier noch ein bisschen weitermachen, dass ihr da die Belohnungen noch einsacken könnt. Und werde mich da noch ein bisschen drum kümmern. Was ihr jetzt dafür tun müsst, um den Account zu gewinnen. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige gezeigt. Ihr schreibt mir natürlich wieder einen Kommentar unter dieses Video. Ja, die restlichen Pokémon haben wir gar nicht gezeigt. Da war gerade ein Glurak am Start noch. Glurak auch. Was hat das? Einfach drei Sterne Bewertung. Was hat drei Sterne hier? Achso. Drei Sterne ist schon so. Vier Sterne ist perfekt. Und fünf Sterne ist halt fünf Sterne. Das ist halt irgendwie, ist halt fünf Sterne dann, ne? Kann ich nichts zu sagen. Was sonst alles im Allgemeinen drauf ist, die Kryptos haben wir uns jetzt auch nicht angeguckt. Aber das geht sonst alles zu lang. Ihr habt jetzt also die Aufgabe, wenn ihr den Account gewinnen wollt. Wenn ihr den nicht gewinnen wollt, könnt ihr einen Kommentar schreiben, was ihr cool findet. Oder Grüße an Schniedelwutz da lassen. Wenn ihr den Account aber gewinnen wollt, müsst ihr folgendes machen. Ihr schreibt einen Kommentar unter das Video mit. Erstens, eurem Trainer-Namen. Zweitens, eurem Trainer-Code. Drittens, einem Infotext, warum ihr den Account gewinnen wollt. Oder was ihr damit vorhabt, wie als zweiter Account oder zum Ausschlachten oder um euch aus den Arenen zu kicken, dass ihr eure Coins bekommt. Wie auch immer. Und viertens, den Hashtag für dieses Gewinnspiel. Und der Hashtag heute heißt, ich mag Sprühwurst. Das ist doch genial, oder? So wie es da steht. Hashtag, ich mag Sprühwurst. Also Groß- und Kleinschreibung bitte beachten. Auch Zusammen- und Auseinanderschreibung beachten. Ich mag Sprühwurst. Wieso nicht? Möchte ich bitte sehen, dass das bei jedem steht. Jeder, der Sprühwurst mag, hat also die Gelegenheit, den Account zu gewinnen. Und Auflösung ist wie immer, weil jetzt ist ja Dienstag, wir lassen das eine Woche laufen, Auflösung und Verlosung nächsten Montag bei Chill mit Ramses im Livestream. Der Stream startet 20 Uhr und die Verlosung ist um 21 Uhr. Also ihr könnt ab 20 Uhr dabei sein und die ganze Zeit fragen, wann ist die Verlosung, wann ist die Verlosung. 21 Uhr ist die Verlosung, Montag, Chill mit Ramses. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Dienstagsvideo. Morgen wieder Brandheiser-Tag, ganz viele Genesekt-Einladungen hoffe ich. Und würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Grüße raus an Schniedelwurz. Ja, ich mag Sprühwurst.